Schrei mir nicht so an! Verheiratet? Nee. Kinder? Nee. Schwul? Hängt die Karte noch? Regel Nummer 1, die Reise beginnt am Brunnen von Löching. Wir fahren jetzt einfach. Regel Nummer 2, die Reise muss auf dem Mofa gemacht werden. Regel Nummer 3, die Teilnehmer verpflichten sich Sex zu haben. Auf den Bauch. Dreh dich um. Die gesamte Karte auf einmal beim Kriegen zu essen. Ich weiß trotzdem nicht, ob wir jetzt jede dämliche Idee machen müssen, die wir jetzt 15-Jährige hatten. Doch. Sei doch gedurft! Schrei mir nicht so an! Hast du nie überlegt wegzuziehen? Nein, dann musste sich auch um Papa kümmern. Wir hätten damals gemeinsam gehen können. Das ist Quatsch. Du bist einfach abgehauen. Das ist echt ein Arschloch. Du kannst nicht einfach hier anrufen. Ich hab einen Sohn. Was? Die Dinge passieren, weil wir sie wollen. Und nicht einfach so aus Zufall. Ich hab dich so vermisst. Ich liebe dich. Georg, jetzt reicht es. Es ist so gut, dass wir die Reise machen. Let's go back! Let's go back! We can way back wind! Freedom! 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 Ihr Fahrzeuger! Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass Sie ab jetzt Ihre Kraftfahrzeuge schieben müssen. Wie bitte? Ja, Sie haben schon richtig verstanden. Sie schieben Ihre Kraftfahrzeuge, bis Sie sich Helme besorgt haben. Mal ganz im Ernst, wie wollen Sie das kontrollieren, ob wir schieben oder nicht, wenn Sie weg sind? Sonst bis zur Landesgrenze eskortieren oder was? Fick dich, Niedersachsen! Fick dich! Du hässliches, beschissenes Bundesland! Das war Nordrhein-Westfalen. So etwas hat mich, noch was ich schon rum. Deine Okay, das ist es so funktioniert!